Diese vier Sternzeichen haben laut Astrologen den sechsten Sinn. Der sechste Sinn ist eine Fähigkeit, die Dinge spüren, die die meisten unter uns gar nicht wahrnehmen können. Viele von uns werden nie verstehen können, was es mit dem sechsten Sinn wirklich auf sich hat. Den meisten Menschen fällt es ja schon schwer, sich auf ihre fünf Sinne zu konzentrieren. Viel zu oft vergessen wir in dieser gehetzten Welt, dass es etwas in uns gibt, das zu uns spricht und das gehört werden möchte. Aber Astrologen haben herausgefunden, dass es vier Sternzeichen gibt, die die außergewöhnliche Gabe der Intuition in sich tragen. Sie nehmen äußere und innerliche Ereignisse anders wahr, als viele andere es tun. Und sie können sogar Geschehnisse in der Zukunft vorhersehen oder erahnen. Erfahre nun, welche die vier außergewöhnlichen Sternzeichen sind. Du hast eine außergewöhnlich gute Verbindung zu deinem Inneren. Wie deine Freunde wissen, bist du ein Mensch, der sich verwirklichen will. Der Träume und Ziele hat und der ehrgeizig an ihnen arbeitet. Du lässt dich nicht so leicht stoppen und deine Intuition unterstützt dich dabei. Zu spüren, in was du deine Energie sinnvoll einsetzt und was nicht zu dir passt. Du ahnst, wenn sich eine Sache erfolgsversprechend zeigt und investierst so sehr weise deine Kräfte. Außerdem hast du ein besonderes Gespür für die Veränderung von Schwingungen. Du merkst, wenn sich die Energie von Menschen ins Negative bewegt und zu kippen droht. So erkennst du, wenn sich eine Auseinandersetzung anbahnt, bevor sie entsteht und kannst das Schlimmste abwenden. Das ist eine wunderbare Gabe, mit der du dein Umfeld sehr bereicherst. Jungfrau, du trägst eine Begabung in dir, die sehr selten ist und dich überaus effektiv und erfolgreich arbeiten lässt. Deine Fähigkeit ist das Auge fürs Derteil. Du nimmst die Situation, Abläufe und Gegebenheiten anders wahr, als es die meisten Menschen tun. Deine Augen sehen jede Kleinigkeit und verpassen keine Einzelheit. Du spürst Fehler sofort auf und weißt gleich, wie man sie beheben könnte. Dein Gehirn verarbeitet die Information, die es geschickt empfängt und ausgesprochen schnell, weswegen du einzigartige Lösungen zutage förderst. Damit kannst du in deinem beruflichen Alltag viel erreichen und weit kommen, wenn du es richtig einsetzt. Außerdem bringt dir diese Begabung, dass du aufmerksamer bist, als andere und dadurch ein größeres Wissen über die Situation hast, in der du dich momentan befindest und auch über einen Überblick verfügst. Nutze dieses Wissen zu deinem Vorteil. Zwillinge. Dein Talent wünschen sich viele Menschen auf dieser Welt. Sie sehen dich, umgeben von Freunden und bewundern und fragen sich, wie du das nur anstellst. Wie schaffst du es, immer gut anzukommen und so beliebt zu sein? Es ist, als wüsstest du ganz genau, was du zu sagen und wie du aufzutreten hast. Und genau da hilft dir deine Intuition. Dank ihr hast du ein ganz besonderes Gespür für die Menschen, denen du begegnest. Erkennst ihre Wünsche, Sorgen, Nöte und guten Eigenschaften. Du sprichst ihnen aus der Seele und sie hängen dir an den Lippen. Du weißt, wie du mit Personen umzugehen hast und du schaust auch manipulative und falsche Menschen. Wassermann. Deine Fähigkeit ist überaus modern und macht dich wandelbar. Was dich ausmacht, ist deine Flexibilität und dein offener Geist. Engstirnigkeit liegt dir fern. Weswegen du leicht und wie selbstverständlich Neues in dir aufnimmst. Ohne dich querzustellen oder Widerstand zu leisten. Das vereinfacht dir die Dinge zu lernen und anzunehmen. Schlüsse und neue Erkenntnisse aus ihnen zu ziehen und so kontinuierlich zu wachsen. Deine Gabe der Offenheit ermöglicht es dir, dass du dich ständig weiterentwickelst. Das führt dazu, dass andere Personen zu dir aufsehen. Sie bewundern dich für deine Intelligenz und deine Gabe schnell zu lernen und dich auf neue Dinge einzustellen. Das Leben ist viel leichter zu meistern, wenn man es zu seinem Nutzen gebraucht. Wie du es machst und sich das herausholt. Was man aus den Situationen lernt und mitnehmen kann. Diese Besonderheiten an euch vier Sternzeichen sind einzigartig und jeden von euch bereichern sie auf eine andere Art und Weise. Die Menschen um euch herum spüren, dass ihr anders seid. Aber sie sehen nur die Auswirkungen eurer Begabung und wissen nicht, wie es sich anfühlt, diese übernatürlichen Talente in sich zu tragen. Oft werden euch die Menschen nicht verstehen. Oft werdet ihr mit dieser Einzigartigkeit allein sein. Vielleicht habt ihr das Glück eines Tages einem Menschen zu begegnen, der dieses Schicksal mit euch teilt und euch versteht. Danke fürs Zuhören.